Moin Leute, ich bin's wieder Tim von ThePaym. Heute sitze ich am Computer, da ich echt keine Zeit habe für ein richtiges Video und das gleiche wird auch nächste Woche passieren, nur dass gar kein Video kommt. Dieses Video dient eigentlich nur als Informationsvideo, da ich diese und nächste Woche keine Zeit habe für ein Video und da ich sagen will, dass meine Website endlich online ist, dass ihr drauf gehen könnt auf dem Link, der auch in der Beschreibung ist und dann auf dem Blog immer neue Sachen lesen könnt oder selber Sachen posten könnt in der Kommentarfunktion. Ansonsten war es das auch schon. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ihr zwei Wochen lang nichts kommt. Dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.